So, hi Leute, herzlich willkommen im siebten Teil der Final Fantasy Serie. Ich hatte ein kleines Problem mit meinem Windows, da ich es neu aufsetzen musste. Und ich hoffe, die Sounds sind jetzt auch wieder angenehm. Wenn das nicht so ist, bitte wieder als Kommentar posten, damit ich das schleunigst ändern kann. Ähm, ja, Ziel war es bei uns, dass wir in Besaid, äh, oder Besaid, oder wie auch immer das heißt, dass wir jetzt in den Tempel gehen. Also, bis gleich. So, wir gehen in den Tempel. Und schauen, was uns dort erwartet. Ist irgendwas falsch? Der Summoner hat ihn zurückgebracht aus der Trial. Eh? Well, Apprentiss Summoner, wirklich. Huh? Da ist ein Raum in da, der Kloister der Trial. Beyond ist, wo der Apprentiss Summoner präht. Wenn der Präher ist, der Apprentiss wird ein Fully-Fled Summoner. Remember? Äh, also, jemand ist in da, irgendwoher, und sie haben nicht zurückgebracht. Right, ich verstehe. Ein Tag hat bereits übergebracht. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already Guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the Summoner dies? Our precepts must be obeyed. Like I care. Wow, alle sind aufgeregt. Maybe. This wasn't such a good idea, after all. Hallen der Prüfung. Jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden, wird jener in die Kammer der Astra geführt. Und besucht mit A jene Stellen, die den Weg offenbaren. Wir können hier was machen. Also, das kann man dann später. Erstmal das. Ein mysteriöses, leuchtendes Symbol. Und. Antatschen. Tidus fasst gerne nackte Wände an. So, jetzt passiert natürlich was. Jetzt kann man da wieder was antatschen. Symbol berühren, ja. Wusch. Tür ist offen. Können runtergehen. Von hier an werden Sphäroiden benötigt. Zeichnen sind immer recht schön, muss ich sagen. Der Sphäroid Insignia offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Den Standardweg. Fraktura offenbart den Weg zu verborgenen Schätzen. Specials. Zudem wird ein Sphäroid von Bethesda benötigt. Info ist weg. Sphäroid taucht jetzt da auf. Ziemensweise, da ist ein Insignia. Ich kann immer nur ein Sphäroid tragen. Okay. Tragen wir den doch mal einen Rund um hier. Tür ist verschlossen. Gleich mal einsetzen. Wie mir die Tür aufgeht. Man könnte es als kleines Elektrosystem betrachten. Und. Wir können den auch wieder mitnehmen. Tür bleibt offen. Selbst wenn, wäre uns jetzt eh alles egal. So. Jetzt können wir den hier einsetzen, weil hier ist so ein Dings. Ein Loch für ein Sphäroid. Wollte ich das so? Ah ja doch. Na. Denn hier hinten gibt es ein Fraktura. Das ist der, wie gesagt, um Specials zu entdecken. Und wir wollen ja in jedem Dings ein Special entdecken. Jetzt können wir ja die Schriftzeichen berühren. Wie gesagt, das hier ist noch ein relativ selbsterklärender, äh. So ja, selbsterklärender Tempel. Jetzt gibt es hier so ein Special-Ding. Den von B-Seite haben wir gefunden. Den nehmen wir jetzt. Guck mal, da hinten auch den schon. Nicht mal. Nö. Gut. Ähm. Wir schaffen den jetzt da vorne hin, weil da ist ja einer drinnen. Wir können ja auch nichts weh in einen Slot machen. Das ist ja völlig unlogisch. Machen den hier rein. Passiert nix. Wir holen uns den hier rüber. Schmeißen den Fraktura da drüben rein. So, eine schöne, schicke, lila Linie prümmt. Und? Da, 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 da. Wand weggesprengt. Das machen die immer, wenn man den reinlegt. Davor ist auch immer natürlich eine neue Wand drin. So. Kiste bekommt. Und dieses Zeichen hier könnt ihr euch merken. Das ist wie so ein Siegel, was wir jetzt sozusagen gebrochen haben, um später eine ganz gewisse Bestia zu holen. Die sich Anima nennt. Das verrate ich jetzt schon mal, weil... Ja, daraufhin arbeiten wir mit dem Zirg hinaus. Nehmen den Beseit-Sphäruiden, stecken den hier rein und dann passiert gleich was Neues. Wusch. So. Man muss einen mit Zirg-Sphäruiden besetzten Altar in die richtige Stelle verschieben. Soll der Altar in die Ankunftsposition zurück, muss man auf das Lichtsiegel treten. So. Brauchen wir jetzt aber nie, weil jetzt haben wir es ja ganz simpel. Stellen den da hin und da hinten, was so blinkert, das ist das Lichtsiegel. Aber brauchen wir jetzt nicht. Hey! Was hat sich in dich? Hey, es ist okay. Nur Zirg-Sphäruiden, Zirg-Sphäruiden und Zirg-Sphäruiden können hier entkommen. Das ist eine Tradition, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Also was ist das für dich? Ich? Ich bin ein Zirg-Sphäruiden. Ein Zirg-Sphäruiden? Ein Ober-Guardian, ey. Ich bin ein Zirg-Sphäruiden. Was machst du hier? Ich dachte, wir können es nicht so machen. Nein, es ist... Es ist nur... Siehst du, ich sagte, sie wird schnell verraten. Ist der Summoner gut? Wer bist du? Der Summoner gut? Wer ist der Summoner? Wer ist der Nippe? Wer ist der Nippe? Wer ist der Nippe? Ich habe es gemacht. Ich bin ein Summoner. Ja, kein alter Opa. Junges Mädchen. Auch interessant. Ja, Mann. Ich bin ja schon da. Mit der schönen Musik. Ich bin ja schon da. 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 Ich habe nie etwas wie es in meinem Leben gesehen. Natürlich, es war ein bisschen schrecklich. Aber trotzdem. Ich habe es in meinem Leben gesehen. 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 Ja. Äh, Party hart. Die übelsten Spaßmacher. Ah, Yuna schob. Toll solle your help earlier? Huh? Uhh, I'm sorry about that. Wasn't that, wasn't I not supposed to, guess I kind of overreacted. Oh no, I was... overconfident. Um, I saw that Aeon thing, that's amazing! Ahh, Really? Do you think I can become High Summoner? Ja, miteinander reden. Tell me all about Zanarkind. She's cute, yeah? Ja, na klar ist er das. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Yeah, good. Geben wir gleich mal hin, weil hier wird eh nix mehr zu holen. Geben wir ins Bett hier. Reicht. Schnarch. Oh manee. Oh, iDream. Oh man. Oh man. Oh man. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkind? Hey! You said you'd go with me! Oh hey, I, uh... I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Uh... Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! I hate you! That's the spirit. You can do it! You can do it! I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Wakka. Scary. So... Who's Chapu? My little brother. Chapu. Looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh. So that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge then? That was the idea. Huh. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well... After the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kinda looks like I'm using you. But I'm not. But... Don't worry. I mean... I owe you a lot. You really... Help me out, you know? What I mean is... Thanks, Wakka. Stop. You're embarrassing me. Schwuchtel. So. Jetzt haben wir natürlich wieder die Möglichkeit zu speichern. Und wir machen das doch natürlich. So, weiter geht's. Wir müssen ja hier mal noch weiterkommen hier. Speichern ist ja nie die Lösung zum Vorwärtskommen. Hey, sleepyhead. Something I wanna give you. Wow. You given this? To me? Yeah. Use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, you never used it. Wir auch nicht so lange. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago. When the last calm started. The calm? Since then. She's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Die typische Frauenhandtasche mit dabei. Okay. You really don't need all that luggage. Ah, they're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess... I guess you're right. Okay. Okay. Let's go. Okay. we're gonna do it. Okay. Okay. So, jetzt hat er gesagt, wir können hier noch was besonderes holen. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal hier rein. und quatschen hier die Frau an, die hier drin ist, weil die jetzt gleich sagt, dass sie irgendwas... Ach, da fällt mir ein. Gestern hat mein Kleiner etwas gefunden, was das wohl gewesen ist. Suchen wir den Kleinen doch mal. Wir suchen hier einen Hund. Let's see the stalk here. Hat irgendwas im Maul. Etwas vollgesabbertes erhalten. Valveris hat die Ekstase-Tech Solaris-Strahl erlernt. So, jetzt kann ich euch direkt nochmal zeigen, was das war. Bestia, Valveris. Solaris-Strahl. Einfach noch eine Ekstase dazubekommen, die etwas stärker ist als die andere. Jetzt können wir unseren Weg normal fortführen. Haben wir erstmal in Beside alles gemacht, was wir machen konnten. So, BAM! Monsters! Da kommen sie! Wir müssen mal das Schwert. Wey! Party hart. So, wir greifen den Dingo an. Ja, vielleicht werden wir irgendwann mal ein guter Guardian. Ein Flieger! Mein kinder Künstler! So, wusch! Vernichtend! So, ist ja nichts besser. Achso, haben wir eigentlich irgendwas? Nö. Gut. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen und dann sind wir auch gleich da. Und auch nicht. Hey, ein kleiner Blob. große Klappe, Tidus. Wum, Wasserpullet. 52 Schaden. Hey! Only Magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use Magic of an Element they don't like. Magic? Element? Let's have our Black Mage show you what I mean. Luke, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Die Elemente. Die Eigenschaften von Zauber und Monstern bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente. Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Das heißt, Hitze, Elementare, Monster, Jeden, Kälte. Ich bekomme Feuer und Eis, aber was ist mit Lichter und Wasser? Lichter und Wasser sind opposiert, nur wie Feuer und Eis. Dieser hier ist ein Wasserfiend, mit mir. Natürlich, wir müssen den Blitz benutzen. Und. Wusch. Kabam. Wait. Geh mal weiter. Jetzt haben wir schon mal das gelernt. Okay. Okay. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? Hm. What's going on? It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Ja, wir könnten jetzt beten oder nichts tun. Ich will ja zur Gang dazugehören. Ich will jetzt mal beten. Einfach, weil es bestimmt voll cool kommt, hier mit zu beten. Das solltest du tun. Oh, das solltest du tun. Ich will jetzt hier abspeichern. Und zwar, mich hat zwar, äh, Molari 1901E hat mich zwar darum gebeten, dass ich, äh, 40 Minuten Videos machen könnte, hab aber nochmal mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die haben gesagt, länger wäre gut. Ähm, Aber so Richtung 30 Minuten fänden die ganz sinnvoll. Ähm, jetzt sind wir ungefähr bei diesen 30 Minuten. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit diesen Sound-Einstellungen jetzt auch trotzdem zufrieden, auch wenn ich jetzt alles relativ neu machen musste. Ähm, ja. Hoffe einfach, dass das alles so weit IO ist. Und freu mich, wenn ihr wieder einschaltet, mir ein Abo dalasst, ein Like dalasst oder einen Kommentar. Freu ich mich natürlich auch drüber. Und, ja, würde ich erstmal sagen, war's das für Teil 7? Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.